Die Geschichte heißt Der alte Mann und das Pferd. Ein alter Mann lebt in einem Dorf, sehr arm. Aber selbst Könige waren neidisch auf ihn, denn er besaß ein wunderschönes weißes Pferd. Könige boten fantastische Summen für das Pferd, aber der Mann sagte dann, dieses Pferd ist für mich kein Pferd, sondern ein Mensch. Und wie könnte man einen Menschen, einen Freund verkaufen? Der Mann war arm, aber sein Pferd verkaufte er nie. Eines Morgens fand er sein Pferd nicht im Stall. Das ganze Dorf versammelte sich und die Leute sagten, du dummer alter Mann, wir haben schon immer gewusst, dass das Pferd eines Tages gestohlen würde. Es wäre besser gewesen, es zu verkaufen. Welch ein Unglück! Der alte Mann sagte, geht nicht so weit, das zu sagen. Sagt einfach, das Pferd ist nicht im Stall. So viel ist Tatsache, alles andere ist Urteil. Ob es ein Unglück ist oder ein Segen, das weiß ich nicht, weil dies ist ja nur ein Bruchstück. Wer weiß, was daraus folgen wird. Die Leute lachten den Alten aus. Sie hatten ja schon immer gewusst, dass er ein bisschen verrückt war. Aber nach 15 Tagen kehrte eines Abends das Pferd plötzlich zurück. Es war nicht gestohlen worden, sondern in die Wildnis ausgebrochen. Und nicht nur das, es brachte auch noch ein Dutzend wilder Pferde mit sich. Wieder versammelten sich die Leute und sie sagten, alter Mann, du hattest recht, es war gar kein Unglück. Es hat sich tatsächlich als Segen erwiesen. Der Alte entgegnete, wieder geht ihr zu weit. Sagt einfach, das Pferd ist zurück. Wer weiß, ob das ein Segen ist oder nicht. Es ist nur ein Bruchstück. Ihr lest nur ein einziges Wort in einem Satz. Wie könnt ihr über das ganze Buch urteilen? Dieses Mal wussten die Leute nicht viel einzuwenden. Aber innerlich wussten sie, dass der Alte Unrecht hat. Zwölf herrliche Pferde waren gekommen. Der Alte Mann hatte einen einzigen Sohn, der begann, die Wildpferde zu trainieren. Schon eine Woche später fiel er vom Pferd und brach sich die Beine. Wieder versammelten sich die Leute und wieder urteilten sie. Wie sie sagten, wieder hattest du Unrecht. Es war ein Unglück. Dein einziger Sohn kann nun seine Beine nicht gebrauchen. Und er war die einzige Stütze deines Alters. Jetzt bist du ärmer als je zuvor. Der Alte antwortete, Ihr seid besessen vom Urteilen. Geht nicht so weit. Sagt nur, dass mein Sohn sich die Beine gebrochen hat. Niemand weiß, ob dies ein Unglück oder ein Segen ist. Das Leben kommt in Fragmenten und mehr bekommt ihr nicht zu sehen. Es ergab sich, dass das Land nach ein paar Wochen einen Krieg begann. Alle jungen Männer des Ortes wurden zwangsweise zum Militär eingezogen. Nur der Sohn des alten Mannes blieb zurück, weil er verkrüppelt war. Der ganze Ort war von Klagen und Wegeschrei erfüllt, weil dieser Krieg nicht zu gewinnen war. Und man wusste, dass die meisten der jungen Männer nicht nach Hause zurückkehren würden. Sie kamen zu dem alten Mann und sagten, Du hattest recht, alter Mann. Es hat sich als Segen erwiesen. Dein Sohn ist zwar verkrüppelt, aber immerhin ist er noch bei dir. Unsere Söhne sind für immer fort. Der alte Mann antwortete, Ihr hört nicht auf zu urteilen. Niemand weiß. Sagt nur das, dass man eure Söhne in die Armee eingezogen hat und dass mein Sohn nicht eingezogen wurde. Nur das Leben weiß, ob dies ein Segen oder ein Unglück ist.